Wir sind jetzt schon live auf Facebook. Ohne Schmarrn. So, hallo zusammen. Unglaublich aber wahr, wir haben einen spontanen Besuch von einem blauen Mensch hier bekommen. Das ist der Andreas von Bodyscanning. Richtig? Genau, das passt. Bodyscanning, was ist das? Was soll das sein? Das ist hier dieses krass tolle, super moderne Hightech-Teil, wo wir unsere Kunden ausmessen für das richtige Fahrrad, für die richtige Fahrrad-Einstellung auf dem Fahrrad. Egal, ob das Fahrrad bei uns gekauft worden ist oder ob du schon ein Fahrrad hast und nicht ganz zu den Einstellungen zufrieden bist. Richtig? Ja, so kann man das machen. Aber bevor wir jetzt aber sagen, was man machen kann, würde ich erst mal vorschlagen, dass du mal erklärst, wer du eigentlich bist. Ich bin der Andreas. Ich mache den Job Bodyscanning. Alles, was damit zu tun hängt, seit 16 Jahren. Ich habe eine sportliche Vergangenheit, auch wenn man das nicht mehr sieht. Es ist aber schon ein paar Jahre her und habe ganz gern das kombiniert und zwar die Wissenschaft der Anthropometrie mit der Fahrrad-Einstellung. Das Ganze mit ergonomischen Zutaten gewürzt. Das ist dann nachher ein System rauskommt, wo es eine wirkliche Erleichterung, ein wirkliches Werkzeug ist für den Fahrradhändler, damit er schnell die Kunden auf das passende Fahrrad draufsetzen kann, was dann nachher passt, wo die Kunden zufrieden sind, schmerzweil Rad fahren können. Das fängt bei der richtigen Positionierung des Sattels, des Lenkers an, geht über die Form des Sattels bis zu den Griffen. Das ist das, was wir machen. Okay, also wir können sagen, du machst alles, damit jemand mit Spaß und ohne Schmerz noch ein Fahrrad raus sitzt. Im Fahrradbereich machen wir das ganz genau. Wir machen das noch in anderen Bereichen, nämlich auch im Bekleidungsbereich, aber im Fahrradbereich ist das immer ganz so. Okay. Wie bist du denn dazu gekommen? Da hast du das früher gemacht. Du wirst ja nicht auf die Welt gekommen sein und dann auf einmal Rollyscanner gebaut haben, sondern es wird irgendwas davor versichern. Ja, wie das immer so ist, ich war Sportler und wir wollten immer unser perfektes Rad haben, aber leider gab es nur das Fahrrad von der Stange. Und das war natürlich niemals optimal für den Körper angepasst. Und wir haben dann irgendwann mal das Wissen daraus zum Produkt gemacht und haben Rollyscanner entwickelt. Selbst an der Ausbildung bin ich Ingenieur und habe Elektrotechnik und Arbeitswissenschaften studiert. Ist schon ein bisschen mehr, deswegen muss ich immer überlegen, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und als Ingenieur macht man ja gerne solche Sachen mal selbst und entwickelt das. Mittlerweile ist da ein großes Unternehmen raus geworden. Das ist das, was wir machen. Okay, das heißt, du hast eine kleine Sportlerkarriere im Hintergrund sozusagen. Genau. Was heißt Sportlerkarriere? Im Schach oder im... Ne, das will ich gar nicht sagen, aber es hat was mit Radfahren zu tun gehabt. Wir waren damals Anfang der 90er Jahre, als der Triathlon-Sport hochkam und im Winter man keinen Skilanglauf mehr machen konnte, hatten wir eine durchaus sportliche Triathlon-Vergangenheit und da kommt das Ganze her. Okay. Und dann wart ihr unzufrieden mit dem, was das Fahrrad so hergegeben hat? Man kann sich ja vorstellen, dann kamen die American Position, dann kamen diese ganzen Liegeräder, diese Aero-Lenker. Es gab einen ganz großen Umbruch und es war ganz große Beunsicherung im Markt und wir wollten einfach gut und schnell sein. Das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Okay. Und soweit ich weiß, war ja früher Bodyscanning eine Wand, wo das mit Laserpointer gemacht worden ist. Oh ja, also die... In der Tat ist eine Entwicklung auch eine Evolution. Wir hatten damals nur eine Wand, wo wir quasi einen rechtwinkligen Laserpointer, einen Laserpointer, der rechtwinklig zum Boden gelasert hat, einen Punkt drauf geworfen hat. Man musste die ganzen Daten noch handisch eingeben. Das war in der analogen Zeit. Mittlerweile hat sich ganz, ganz viel getan. Wir sind in der digitalen Zeit. Wir sind bei der Industrie 4.0 und auch beim Retailer 4.0. Wir machen natürlich das Ganze jetzt mit einer vollflächigen Mensch-Abbildung als PRY-Format und du kannst dich drehen und wenden und du siehst alles. Okay. Ja, was haben wir bei uns stehen? Wir haben bei uns einen 3D-Body-Scanning stehen, wie gerade erwähnt. Da steht er. Das ist die Maschine. Da kann man sich reinstellen und wird dreidimensional ausgemessen und wir könnten damit rein theoretisch einen Maßanzug produzieren. Ja, das wird auch in der Tat gemacht. Also wir nutzen diese Systeme auch, um zum Beispiel Uniformen auf den Körper von Polizisten zu schneiden. Okay. Nicht bei uns im Laden, da gibt es nur Fahrräder, aber das glaube ich in der Schweiz. Genau, in der Schweiz ist das so. Und wir nutzen das System, um das Fahrrad optimal einzustellen. Das heißt, wir brauchen keinen Maßanzug, sondern wir haben bestimmte Körperpunkte, die dann abgenommen werden und da können wir das Fahrrad optimal einstellen. Die Erfahrung ist super, wir sparen unheimlich viel Zeit, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass der Kunde perfekt auf dem Fahrrad drauf sitzt. Genau, das war innerhalb kürzester Zeit. Man muss sich ja vorstellen, dass der Radfahrer, der sehr viel fährt, der hat natürlich irgendwann mal seine perfekte Radeinstellung, aber das geht halt immer über die Zeit, es geht immer über die Erfahrung, es geht immer über den Aufwand, den ich betreiben muss. Aber in so einer Situation, wo ich mich entscheiden muss für ein Fahrrad oder gegen ein Fahrrad, habe ich sehr häufig diese Entscheidungsgröße Zeit nicht und da muss es einfach schneller gehen. Ich brauche außerdem, und ich möchte auch die Fachkompetenz des Verkäufers haben, des Fachmannes haben, damit ich gut auf dem Fahrrad drauf sitze. Jetzt würdest du sagen, natürlich ist es ja dein System und du bist davon überzeugt. Was für einen Vorteil hat jetzt jemand, der in einen Fahrradladen reingeht mit 3D-Body-Scannen im Vergleich zu einem Fahrradladen, der ein anderes System oder gar kein System hat? Ja, also wer ein anderes System hat, der ist auf jeden Fall schon mal so weit, dass der Fahrradhändler sagt, der Kunde steht bei mir im Mittelpunkt. Das muss auch irgendwie bewiesen werden. Also jeder, der und wenn er einen Gliedermaßstab aus Holz nimmt und Längen misst, das ist schon mal auf jeden Fall ein Riesenvorteil und das muss auch eigentlich so gemacht werden. Aber man sollte es selber ausprobieren. Schaut euch einfach im Vergleich die unterschiedlichen Qualitäten, die ihr wahrnehmt als Fahrradfahrer. Geht in verschiedene Fahrradläden rein, testet das Ganze mal aus und dann, glaube ich, ist es sinnvoll, sich die Meinung selber zu bilden. Das ist wohl ein guter Tipp. Einfach mal verschiedene Läden ausprobieren und schauen, wo man sich im Wohlsten und wie ist die Einstellung, also mit welcher Priorität wird auch eine Fahrradeinstellung wahrgenommen. Also es gibt viele Läden, da kommt man rein, dann stellt dir jemand eben ein Fahrrad hin und das ist dann auf einmal dein Fahrrad oder deine Einstellung. Aber jemand, der 1,90 Meter groß ist, braucht eine andere Einstellung als jemand, der 1,50 Meter groß ist. Ganz genau. Wir haben das damals nicht akzeptiert, noch zu Sportlerzeiten und ich würde euch auch bitten da draußen, dass ihr das auch nicht akzeptiert. Die Anforderungen sind einfach so divergent, so unterschiedlich, dass man dort, ja man braucht einfach die Fachberatung, man braucht den richtigen Weg, der einem gezeigt wird und das gilt nicht nur für die Fahrradeinstellung, das heißt für die drei Kontaktpunkte, Pedale, Sattel und Lenker, sondern gilt auch für die Ausformung der Kontaktpunkte. Also auch der richtige Sattel ist dann wichtig, wenn ich einmal die Position des Sattels habe, muss der Sattel außerdem noch der richtige sein. Jetzt haben wir ein Fahrrad, da gibt es drei Kontaktpunkte, Pedale, Sattel, Lenker, genau. Der wichtigste ist der Sattel, oder? Ja, ist das wichtigste der Sattel, das kann ich gar nicht entscheiden. Für mich ist der Sattel immer wichtig gewesen, weil einfach das der Punkt der Kraftentwicklung ist, ja. Aber wir hatten auch andere Voraussetzungen, wenn ich zum Beispiel Handprobleme hätte bei längeren Touren, ist mit Sicherheit der Griff auch wichtig für mich. Weißt du was ich damit meine? Ja, im Grunde genommen sind alle wichtig, ja. Im Grunde genommen sind alle wichtig, ja. Aber ich meine, wenn der Sattel nicht stimmt, dann haben wir das... Da fängt alles an, bei der Einstellung fängt alles an, und zwar bei der Sattel Einstellung fängt alles an. Und man kann jetzt irgendwie, nachdem man die Sattelhöhe und die Sattelposition richtig gefunden hat, kann man die Sattelposition nicht zulasten des Abstandes Sattellenker wieder verändern, nur weil man vielleicht den Vorwort nicht tauschen möchte. Das geht nicht. Ja, aber wir können Freihandeln fahren, das ist kein Problem. Aber ohne Sattel fahren ist ein bisschen schwierig. Genau, das ist ganz schwierig, also Sattel ist schon eine ganz elementare Geschichte. Und da fängt es auch an, die Fahrradeinstellung fängt auch dort an. Also ich bin irgendwie erstaunt, wenn ich mit jemandem rede spreche, wie viele Fachbegriffe man aus der Anatomie verwenden kann, wenn es um Fahrradeinstellungen geht. Ja, also es ist gar nicht so simpel, ein Fahrrad richtig einzustellen. Die meisten machen sich aber viel, viel zu wenig Gedanken, das ist auch unsere Erfahrung, dass viele Leute sich woanders am Fahrrad gekauft haben, vielleicht haben wir das Fahrrad. Und irgendwie ist das Fahrrad zwar toll und die Aufstellung toll und der Preis war auch super, aber man fühlt sich einfach nicht wohl. Der Spaß ist aber nicht vorhanden. Und wenn wir entscheiden, fühlen Spaß, da wirst du mir zustimmen, ist einfach die richtige Einstellung. Ja, Wohlfühlen bedeutet Spaß und Wohlfühlen geht halt nur durch die richtige Fahrradeinstellung. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen, wenn ich eine Fußlänge habe von 273 Millimetern, dann kann ich alle möglichen Schuhgrößen anprobieren. Ich würde empfehlen Schuhgröße 43, französisch Stich. Dann kriegt man nämlich genau das, was man braucht. Ja, und beim Fahrrad ist es genauso, aber es ist nachher nicht ganz so einfach. Es sind mehrere Komponenten, die zu beachten sind. Es ist eine hohe Präzision, es sind auch Teile, die man messen muss, wo man so nicht einfach drankommt. Zum Beispiel der Abstand der Sitzbahnhöcker. Da muss man sich schon überlegen, wie kann man das sinnvoll machen. Mein Professor damals hat immer gesagt, wir misst, misst, misst. Also man muss sich auch wirklich Gedanken machen, wie ist die Qualität der Messung, wo sind die Grenzen, damit man nachher ein gutes, verwertbares, valides Ergebnis rausbekommt. Angenehm, da ist jetzt jemand am Ende der Leitung, der hat kein Bodyscanning, der hat keinen Händler, der sowas anbieten kann. Hast du eben einen Tipp zum Thema Ergonomie, wenn jetzt jemand Schmerzen hat? Ja, also ich kann ganz viele Tipps zur Ergonomie geben. Ich komme gerade vom Meisterkurs der Zweiradmechanikermeister in München und deswegen bin ich auch heute Abend hier. Da haben wir den ganzen Tag über Ergonomie gesprochen und wir konnten die Themen wirklich nur anreißen. Was ich halt sagen kann ist, verlasst euch nicht darauf, dass einer sagt, ich kann es, sondern lasst euch das immer wieder beweisen, dass es kann, in der Regel durch systemische Lösungen, durch irgendwas, was man messen kann. Und ich kann da im Grunde genommen das gar nicht reduzieren auf ein, zwei, drei Sätze, sondern geht dahin, wo gemessen wird. Denn nur, wo gemessen wird, da wird auch wertgeschätzt. Und es geht nachher um ein Produkt, das ihr fahrt, wo ihr glücklich mit sein sollt. Und das geht eigentlich nur, wenn ihr ernst genommen werdet. Und ernst nehmen heißt den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Ohne Daumen, MIP, Paarungsmittel? Ja, eine gute Näherung ist natürlich auch. Das Schöne an der Näherungsformel ist ja, sie ist einfach. Und das Blöde an der Näherungsformel ist, sie ist halt nur angenähert. Und der Vorteil ist natürlich immer zu messen. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir doch einfach. Reicht das schon? Ja, okay. Ich denke mal, Fragen werden noch auftauchen. Wenn Fragen tauchen, dann könnt ihr gerne Fragen stellen. Und der Andreas wird gleich nochmal weiterreichen. Also wenn ihr Fragen habt zu eurem Fahrrad. Wenn ihr sagt, okay, ich habe das und das Problem. Und da kommt ein bisschen auch keiner weiterhelfen. Dann traut euch, schreibt uns per Private Message. Oder schickt uns einen Kommentar oder eine E-Mail. Was auch immer. Und wenn wir die Fragen nicht beantworten können, dann wird der Andreas mit seinen 85 Jahren Erfahrung... Naja, ein bisschen weniger. Aber ich werde, ja, ich sehe mich jetzt in der Verpflichtung, da auch ein paar Fragen zu beantworten. Also, wenn ihr Fragen habt, wo es um Leistungsentfaltung geht, um Ergonomie, um biomechanische Komponenten beim Radfahren, dann könnt ihr gerne die Informationen an dich schicken, oder? An mich, ja. Genau. Also erst mal an ihn schicken und dann geht es weiter an mich. Wir schauen, was wir beantworten können. Genau, das wäre dann der Plan. Genau. Und diesen Freitag sind wir bei Dr. Stefan Staute. Okay. Und Stefan? Ja und Stefan, genau. Schönen Gruß. Das ist ein Urologe, der zusammen mit Tobias von Body Scanning... Äh, von Body Scanning. Von Escolab. Von Escolab. Genau. Mitentwickelt und auch aktuell viele Kunden zu dem Thema berät. Da geht es um eher urologische Themen, Prostata und so weiter. Da werden wir gegen 14 Uhr live gehen. Also wenn ihr schon mal eine Urologenpraxis von innen sehen wolltet, wo man ja nicht so oft freiwillig hingeht zum Thema Fahrrad, und da auch Fragen habt, dann geht am Freitag 14 Uhr live hier auf Facebook. Spannendes Thema, kann ich übrigens auch nur empfehlen. Hört euch das an, was der Stefan sagt. Ganz, ganz hohe Kompetenz, ganz viele Erfahrungen, weil er einfach aktiver Radfahrer ist, Extremsportler. Und, ähm... Ja, es ist unglaublich. Man muss wissen, dass auf dem kleinen Sattel einfach eine große Last herrscht, gerade wenn man sehr aufrecht auf dem Rad sitzt. Und das sich anzuhören, auch was daraus resultieren kann, aus medizinischer Sicht, ist eine hochspannende Geschichte. Ja. Also, bei Fragen gerne melden. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Servus.